Mehr als acht Millionen Menschen mit dunkler Hautfarbe kämpften im Zweiten Weltkrieg für die Alliierten. Truppen aus Indien, Afroamerikaner, Asiaten. Mein Großvater war einer dieser Männer. Ein schwarzer Soldat, dessen Rolle im Krieg nie gewürdigt wurde. Diese Soldaten tauchen in den Geschichtsbüchern einfach nicht auf. Wir spüren ihre Nachkommen auf und recherchieren in vergessenen Archiven, um diesen Helden ihren rechtmäßigen Platz in der Geschichte zurückzugeben. Sie waren angewiesen, nichts aufzuschreiben, was während ihres Dienstes geschah. Aber er tat es trotzdem. Er hat uns die Beweise dafür geliefert, was wirklich passiert ist. In dieser Serie werden vier der größten Schlachten des Zweiten Weltkriegs neu bewertet. Wir fragen, wer diese Männer waren. Diese Männer haben mehr getan als nur ihre Pflicht. Welche Rolle spielten sie im bedeutendsten Krieg der Neuzeit? Ihre Geschichten verdienen, es erzählt und nicht vergessen zu werden. Und wie haben ihre Erfahrungen unsere moderne Welt geprägt? Mit diesem Schiff kommt eine besondere Fracht. Ausrüstung für die Truppen an der französischen Front, die unter den schwierigen Bedingungen des Winters leidet. Verantwortlich für die Ausrüstung sind diese Männer. Force K6 von der britischen Royal Indian Army. Es sind Freiwillige aus der Region Punjab, dem heutigen Pakistan. Sie werden an der Front gemeinsam mit der British Expeditionary Force gegen Nazi-Deutschland kämpfen. Die Fracht? Maultiere. Mein Urgroßvater sagte mir, Maultiere seien nicht wie Hunde. Sie hätten ihren ganz eigenen Kopf. Sie sind militärisch sehr wertvoll und nicht einfach zu ersetzen. Die britisch-indische Armee setzte diese sehr widerstandsfähigen Tiere dafür ein, auch unzugängliche Gebiete mit Nachschub zu versorgen. Der Transport vor Nachschub ist gefährlich. Man befindet sich mitten im Kriegsgebiet. Die Maultiere hielten alles am Laufen. Sie hielten die Menschen am Leben. Trotz ihrer entscheidenden Rolle sind die Männer der Force K6 in der gängigen Darstellung der Geschichte von Dünkirchen nicht vertreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017